Das ist lauter als sonst, oder? Äh, das ist falsch. So, jetzt muss ich auch noch das Spiel sehen, vernünftig. Oh, ich hab schon wieder auf den falschen Knöpfen am Bildschirm gedrückt. Ah! Warum muss der so viele Knöpfe haben? So. Schon wieder stundenlang mit Transkriptionen befasst? Das klingt ja total spannend. Da beneide ich dich echt nicht, wenn ich ehrlich bin. Schon wieder ein Taub sieht... Ja, du bekommst nur noch Vögel und anderen Kram. Schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil er nichts für die Uni gemacht hat. Ja, dann aber mal ran. Das geht ja mal gar nicht. Und jetzt bin ich hier noch Ablenkung dafür, dass nichts für die Uni gemacht wird. Zitzitzel. Das geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht, Herr Mops. Geht ja mal gar nicht. Aber ich würde sagen, fangen wir trotzdem an. 86 waren's sogar. Und das muss noch, was gerade erschienen ist. Zitzitzel. Auch das noch. So. Wo war... Bheh. 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 Ich kann schon jetzt nicht mehr reden. Das fängt ja schon sehr gut an. Achja, hier war ja eh nicht so viel los. War zwei Level schon ganz fertig. Hätte ich echt die letzten Mainstreams ein bisschen länger machen sollen, wa? Habe ich so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Es ist ja schon nur noch so wenig. Aber hey. Passiert. Du hast genug gemacht, du darfst in Ruhe zu... Spyro, Repto lebt immer noch und hat uns aus der... Ja, 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 das haben wir, das wissen wir doch schon. Ich wollte überhaupt nicht mit dir reden. So, da waren wir fertig und das andere Level, womit wir fertig waren... War hier unten, nicht wahr? Nicht wahr? Hallo, Pandomo. Wie geht's? Ja, genau, hier unten waren wir schon. Dann machen wir mal da oben irgendwo weiter. Ups. Ich bin ein böser Pinguintöter. Habt ihr das gesehen? Stand mir einfach im Weg. Kopfschmerzen sonst gut. Da müssen... Da müssen die Kopfschmerzen aber noch weg. Das geht ja nicht. Es ist ein großer Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hightech-Tour bringt dich zum Wolkentempel. Yay. Auf in den Wolkentempel. Bis gleich. Das arme Tier. Voll böse. Hey. Ich darf's noch gar nicht anfangen, mich zu töten. Ich hab noch nicht geredet. Ich war Avalas mächtigster Zauberer. Bis dieser große Hexer da drüben meinen Zauberstab gestohlen hat. Seine Freunde und er haben mit der Magie die Stadt übernommen. Oh nein. Wie könnt ihr nur? Die arme Stadt. Wer aber auch nicht hier ohne Stab zaubern kann. Furchtbar. Das soll ein großer Zauberer sein. Zzzz. Großartmächtiger Zauberer sollte man, wenn man schon einen Stab braucht, doch einen Ersatzstab haben. Finde ich jetzt mal so. Ich glaub, das wär ja nicht so unpraktisch. Aber hey, wer bin ich denn schon? Ich bin ja kein Zauberer. Darf ich mich da auch nicht einmischen? Ich dachte, da kommt ein neuer Stein raus. Dann halt nicht. Ach, da kam der Stein her. Von so einem Vieh. Auch gut. Gar nicht grad richtig mitbekommen. Ich hab's davon noch nie gehört. Ich hab von diesem Mate-Kram auch erst gehört, seitdem ich studiere. Aber ich mag das Zeug so überhaupt nicht. Ob der Eistee mir jetzt auch nicht schmecken würde, das weiß ich nicht. Aber das normale, diese Club-Mate, die mag ich halt so gar nicht. Hallo, Brecki. Wie geht's und was sind das denn für Emotes? Wo kommen die denn her? Ein Quantum Pro sagt mir gar nichts. Noch nie gehört. Aber sie sind auf jeden Fall knuffig. Weg mit dir. Weg mit dir. Ach, das ist... Ach, das ist gleich der Eisteeer. Okay, dann weiß ich, dass ich ihn nicht mag. Okay, du hast mir nichts zu erzählen. Ups. Lachen noch. Lachen noch. Lachen noch. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Oh mein Gott, das greift mich an. Oh mein Gott, das kommt direkt auf mich zu. Du mach mal nen Kopf zu. Hier die Stäbe klauen. So. Das ist allgemein, dass die alle nicht mit mir reden wollen. Könnten ja wenigstens Danke sagen. Wann... Weil ich... Die mir einfach die ganzen Schätze mit dir rum nehmen. Ich glaub, das ist Dank genug. Sollte ich mich mal nicht beschweren. Unsere Glockentürme sind von Trollen überfallen worden. Du könntest helfen. Aber du kannst die nur schlagen, wenn dieser Powerpunkt aktiv ist. Das bekommen wir doch wohl noch hin. Voll ans Knie. Habe ich sehr gut gezielt. Warum macht sie das? Und BW erstmal Pandomo. Aber warum macht sie das? Kann sie doch nicht machen. Geht ja mal gar nicht. Wie scharf hätte ich jetzt auch leben lassen können. Sparks leuchtet doch noch golden. Ich bin ein Geheimagent. Ich gehe zu meinem geheimen Versteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen dorthin. Ich gehe erst, wenn du dich hinter dem Baum versteckst. Sodass du mich nicht siehst. Hinter Baum verstecken, Agent Nullfolgen. Okay. Sehr gut. Diesmal möchte ich dich lieber nicht erwischen, wie du hinter mir herschleichst. Mein Versteck ist nur für Mitglieder. Ja, ja. Habe ich verstanden. Ist mir egal. Sieht ihr mich hier schon? Nein. Achps. Aha. Ich bin zu schnell, als dass mir jemand folgen könnte. Keiner wird je mein Versteck finden. Ach doch, doch, doch. Also in welcher Inspiration du diesmal bekommst, bin ich auch schon drauf gespannt. Hehehehe. Hehehehe. Das ist damit er aus dem Stift rausholst. Du? Ach, pfff. Du mich auch. Diesmal, Mac. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe verstanden. Du willst nicht, dass ich dich verfolge. Ist mir egal. Ist... Haha. Ich bin... Ja, ja, blabla. Da kümmere ich mich später drum. Ich gucke mich erst noch um. Und wie war's, Becky? Hoffentlich doch gut gelaufen. Agent Jan geschüttelt und im Schleudergang nochmal rührt. Nee, nee, Schleudergang ist nicht so cool. Schmack. Au. Spiro, du hast unsere Stadt aus den Klauen der bösen Zauberer befreit. Nimm bitte diese Kugel. Ich sehe, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Hey, ne Kugel. Komm mir ja keine Talismane mehr. Stimmt. Ich war grad verwirrt. Neunzig Minuten, zwanzig Aufwarten, davon die Hälfte Multiple Choice. Da ist zumindest überall was hingeschrieben. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Unsere mystischen Glockentürme sind von Trollen überfallen worden. Ja, ja. Die Glocken haben seit Tagen nicht geleuchtet. Ach du, jetzt redest du ja was anderes, weil der Powerpunkt aktiv ist hoch. Und die Glocken haben seit Tagen nicht geleuchtet. Ich habe einen Feuerspruch an den Trollen ausprobiert, aber das machte sie noch verrückter. Dieser Super-Eis-Powerpunkt wird die Trolle abkühlen. Aber die Glocken müssen endlich läuten. Sie läuten, wenn du dagegen läufst. Trolle einfrieren gegen Glockenlaufen, damit sie läuten. Okay. Was weißt du denn in acht Wochen, wie es lief? So lange? Wow. Hast du heute Japanisch geschrieben? Und was für ein Gefühl, Pandomo. Ach du Mistvieh. Lass mich erstmal den Schatz einsammeln hier. Das war nicht hoch genug. Kommt das doch auch nicht. Das sieht doch schon besser aus. DONG! DONG! Jetzt willst du dafür wohl eine Kugel haben. Ich fürchte, das geht nicht. Da ist noch eine Glocke übrig. Du kannst sie mit dem Wirbelwind hinter mir erreichen. Wurde auch gerade sagen. Da stand doch drei, oder nicht? Oh. Hinten ist definitiv richtig, ja. Hinten ist definitiv richtig, ja. Holen wir uns doch nochmal neue Energie. So, wo ist der andere blöde Troll? Soll sich mal hier hin trollen? Na, reicht das? Okay. Easy. Danke, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier hast du ein Andenken aus dem Souvenirladen von Wolken Tempel. Yay! Hast du heute 2,02 gezockt? Nice! Warum mit Kappa? Hast du es doch nicht gezockt? Huh? Hehehehe. Huh? Ja, das wollte ich eindeutig. Also, ich wollte doch nochmal da hoch. Da waren, glaube ich, noch Juwelen in der einen Ecke. Ah, nee, da sind keine Juwelen, aber etwas, damit ich an welche drankomme. Endlich hast du das Spiel gehabt. Du hast dich bestimmt gefreut, nicht wahr? Hehehehe. Ging mir auch nicht anders, als ich die Spiele wieder habe. Kappa ist nur glücklich. Achso. Ah. So ähnlich. Nein, nicht anzünden. Ach komm schon. Bis dann, Mobs. Schönen Abend noch. Ach, das ist doch auch wieder nicht richtig. Natürlich nicht. Soll mal hierhin kommen. So macht das, glaube ich, mehr Sinn. Oh, Mist. Hm. Oh. 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 Ich sollte den vielleicht nicht so früh abschießen. Ich glaube, das wäre hilfreich. Das war jetzt auch nicht viel später, aber okay. Aber hat gereicht. Aber hat gereicht. Ja, Trolle können halt ganz gut trollen, wa, Becky? Besonders mich. So, geht doch. Ist er das nicht immer, Pandomo? Ist er das nicht immer? So, jetzt wartet noch unser Geheimagentfreund auf uns. Machen wir das doch dieses Mal so. Ich glaube, das geht viel besser. Nein! Oh mein Gott! Wow! Jan, please! Oh, wow! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ach! Mist! Oh, wow! Einfach nur wow! Gieß mal nicht, Freundchen! Ha, gefunden! Was? Du bist hierher gekommen, ohne mir zu folgen? Dann bist du doch ein Mitglied meines Geheimclubs. Hier, nimm diesen Dekodierer. Damit können wir Geheimnachrichten austauschen. Ja, ich bin hier hingekommen, ohne dir zu folgen. Das ist richtig. Ich bin auf magische Weise hier entstanden. Du hast einfach die Vorsilbe unvergessen. Ihr seid heute wieder so nett. Mann, Mann, Mann. Fühl ich mich hier doch gleich wieder wohl. So nett, wie man wieder zu mir ist. Oh. So nett, wie man wieder zu mir ist. Wo habe ich jetzt wieder 20 Juwelen liegen lassen? Ach ja, hier. Okay. Und wie ihr das seid. Das ist sogar ernst gemein. Mit Dornen? Ach, die kann ich ab. Die kann ich ab. Ich habe ja selber Dornen. Ich bin ja auch manchmal ein fieser Möpp. Ich kann das ja auch ganz gut. So ist es ja nicht. So, dann geht's hier lang weiter. Mal, hier ist schon wieder ein Level. Noch eine große Treppe. Noch mehr Wege. Aber dann gehen wir erst mal auf die Wand. Auf die Mauer. Ja, oder so. Das geht auch. Und... Uh, getroffen. Sehr gut. Ein Wunder. Lieb von mir. Ich weiß. Manchmal kann ich auch lieb sein. Ich wollte gerade eh runter. Ich wollte da gerade eh von runter. Ja, wir gehen nämlich jetzt zu dem Robotika-Hof. Ich weiß. Ich weiß. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eher gedacht, ich fliege nicht weit genug. Das hatte ich eher gedacht. Moin, Spyro. Dieses Ungeziefer hier ist über unseren Hof hergefallen. Hättest du Zeit, uns zu helfen, es zu vertreiben? Oh, das bekomme ich wohl hin. Schlag dich zur großen Vogellampe durch und mach sie an, sodass wir noch mehr Ungeziefer, das uns über Feld, wegposten können. Okay. Du hörst dich aber echt unroboterhaft für einen Roboter an. Muss man ja schon sagen. Hast du das? Nehm, Dankeschön. Haha. War es keine Roboterschafe, jetzt bin ich enttäuscht. Pust? Was passiert? Oh? Bam, kaputt. Ach so. Ach so. Ach so. Ist schon wieder die beiden Sachen gar nicht in Verbindung miteinander gebracht. Wow, ja. Wow. Sehr gut. Dann falle ich halt noch mal runter. Auch in Ordnung. Du konntest mir helfen. Das ist nett von dir. Au. Oh, noch jemand, der hilft. Dann kann das hier ja gar nicht schief gehen. Wenn ich so tatkräftige Unterstützung habe. Ach wirklich? Okay. Mistvieh. Dann halt eben nicht Becky Und Pandomo Das merke ich mir Was will ich hiermit überhaupt Das liegt ja bestimmt nicht auf Spaß hier Schießen wir einfach mal dahin Dann halt eben nicht Ach ihr werdet euch auch noch mit anderen hier einig Das geht ja immerhin gegen mich Was soll ich denn da erwarten Ihr mobbt mich doch gerne Klar, dass ihr euch da einig seid Das üben wir aber nochmal Och komm schon, das war ja wohl getroffen Geht doch Gucken wir erstmal noch Nicht hier hin Diese verflicksten Vögel Machen meine teuren Vogelscheuchenroboter Zum Gespött Kannst du sie jagen und abfackeln, Spyro Oh, gerne doch Äpfli Vogelpest abfackeln Das klingt doch nach einem Job für ein Brachen Wenn ich denn treffen würde Ihr habt euch einfach lieb Ja, ich merke das schon Mich wieder so gar nicht Hey, ein Vieh schon mal getroffen Geht doch Das war Nummer 2 Och komm Mist, wie, bleib hier Ach, die Öff... Ja, natürlich, spawnen da neue Ah, ich bin zu schlecht Sam Der Pest an Viechern Ja Oh mein Gott Was ihr bekommt, wenn ihr lieb seid Ich weiß nicht Weiterhin einen netten Jan Der euch immer noch mag Och komm schon Die waren doch gerade alle tot Kurz bevor ich fertig bin Spawn 2 Neue Ihr wollt mich doch veräppeln Ihr wollt mich doch wohl veräppeln Hier Ich hab ein 0 von 4 Ist doch jetzt wohl nicht wahr Bin ich schlecht Veräppeln Ja, oder das Das geht auch Das ist noch besser Als nur veräppeln Mist Mist Jetzt bin ich auch noch hierbei gestorben Es wird ja immer besser Ich kann nicht mehr über eine Brücke laufen Ach, spuck doch Feuer Wenn ich den Knopf zurückkomme Nicht erst Irgendwann später Er fliegt halt doch Schlimmer hier rum Wie waren das Wie war das nur einer Du willst mich doch echt veräppeln Ist ja wohl nicht wahr Schon wieder eine angeflogen Ich berühre die Viecher schon Aber ich bekomme sie echt nicht abgefackelt Ist doch wohl nicht wahr Ist doch wohl gerade nicht wahr Ja, das wollte ich definitiv Hey, wir sind wieder bei 0 von 4 Ach, das war jetzt getroffen Der ist schon in Ordnung Ich hab Ich war schon wieder auf dem Vieh drauf Ist das doch jetzt gerade nicht dein Ernst Echt mal Deine Mutter soll sich den Stream schauen lassen Es geht immerhin um Spyro Geht ja mal gar nicht Dass du da unterbrochen wirst Och, was? Ich hab dich doch mit abgefackelt Na, geht doch Jetzt sind meine Felder sicher Vor diesem fliegenden Ungeziefer Nimm dieses Dings da Das ich gestern ausgegraben habe Das hat jetzt länger gedauert Als es hätte sollen Furchtbar Ich weiß nicht, ich spiele ja immer noch mit Absicht so schlecht Das hatten wir ja schon öfters rausgefunden Ich mach das ja nur um Spielzeit zu strecken Damit wir mehr von dem Spiel haben Ist ja wohl voll logisch Darf man nicht vergessen Schön wär's Schön wär's, wenn das so wäre So 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 Müsst du mir das austreiben? Jawohl, du willst also, dass ich schneller fertig bin? Mit Spyro, das gehe ich ja mal gar nicht. Haha, daneben. Ohne Klatsch. Ohne Klatsch. Kann ich hier lang? Nein. Oh. Oh. Boah, wir haben ja noch genug Spyro-Spiele, die ich spielen mag. Da brauche ich ja jetzt bei einem auch nicht den Content strecken, wa? Haha, wie war... Ach komm schon, du willst mich doch veräppeln, du Mistkäfer, du. Ihr seht das doch auch, wie ich da seitlich von dem Vieh runterrutsche, oder? Ach, geht doch. Wow. Na, hoffentlich schnell. Oh Mist. Uh, sehr gut. Oh Mist, ich hab das First-Try geschafft, das war aus Versehen. Ich mach das nochmal. Ach, das ist normal. Ach. 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 Ja, ich kann ja hier nicht mal... Ich kann hier ja nicht einfach Sachen First-Try machen, dass... Wo sind wir denn hier, bei einem Meander-Gut spielen kann? Da sind wir hier aber eigentlich falsch. Zu viel, zu nervös, genau. Seid halt, O Spyro. Dieses Ungeziefer wird jetzt einen Bogen um meine Felder machen. Kann ich dir eine Belohnung anbieten? Immer doch, ich nehme so eine Kugel. Ja, ich bin so nervös, weil ich... Weil ich... Ich fühle das einfach, dass ihr die ganze Zeit hinter meinem Rücken schreibt und mich die ganze Zeit hier verurteilt, weil ich so schlecht bin. Das macht mich nur noch nervöser. Was? Ich fahre immer mit meinem Trecker über den Hof. Aber ein idiotischer Roboter hat den Weg versperrt. Könntest du sie mit einem kleinen Supersprint umhauen? Oh, wir können es versuchen, ne? Weg für Treckerrollen. Hallo, Michi. Ne, du bleibst hier. Abgehauen wird hier jetzt nicht. Okay, wir verfolgen jetzt erstmal das schöne Fläschchen, bevor wir hier den Weg für seinen Trecker räumen. Ja, die Synchro ist doch super. Besonders, wie deutlich sie alle mit mir sprechen. Weil ich das sonst nicht verstehen würde. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Alles meins. Mein Schatz. Keine Sorge, ey, wird wieder schlechter. Danke auch. Wenigstens eine, die an mich glaubt. Ey, Becky glaubt mir das ja auch, dass ich schlecht bin. Man sieht es ja hier auch gerade wieder. Sehr gut. Oh mein Gott. Sehr gut. Ich hab deinen Namen schneller drauf als ich. Hä? Oder meinst du Becky? So, versuchen wir das nochmal. Ich seh nichts. Hilfe. Mist. So. Mich wundert's da gerade auch eher noch, dass ich da nicht schon von der Wand abgeprallt bin, Pandoro. Ich dachte schon, ich bin früher kaputt. Ist auch eine schöne Strecke für einen Trecker, die wir hier langlaufen. Mit einem riesen, mit riesen Sprüngen dazwischen. Weil ein Trecker halt auch so fahren kann. Ja, ja. Was muss man wissen? Es funktioniert nämlich so. Oh, Mist. Sehr gut. Sehr gut. Nicht. So much Sprint. Ja. Ja. Dabei wurden wir in Spyro 1 sogar noch als Super-Sprint-Meister bezeichnet, weil wir das ja so gut hinbekommen haben. Man sieht, was für ein Meister ich bin. Ein Meister im Failen. Mehr aber auch nicht. Ich seh' nichts. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Ach, ich hasse dich so sehr. Du bist so doof. Du bist so doof. Ach, du blöder Mist. Warum? Ich hab' meinen Skill schleifen lassen. Ja, ich glaub' auch. Daran wird's liegen. Na, geht doch. Schön gesteuert, Drache. Hier, nimm dieses Zauberding, das ich im Kuhstall gefunden habe. Hier geht mal her, Bauer-Gerstenkorn. Nehm' ich so gerne. Damit haben wir auch alle Kugeln von hier. Und dann noch ne Runde, weil da ja noch Juwelen rumliegen. Sehr gut. Hm. Ich bin halt voll gut. Danke, danke. Ich weiß. Ich bin schlecht, dafür braucht man nicht applaudieren. Pandomo. Oh, wow. Oh, wow. Ist ja wohl grad hier nicht mein Ernst. Ist ja wohl nicht wahr. Jetzt schaff' ich hier nicht mal mehr den ersten Sprung. Richtig. Mach's das nur aus Mitleid. Ja, das glaub' ich dir sofort. Das glaub' ich dir sofort. Okay. Wahrscheinlich brauch' ich... Könnte ich das auch ohne den Supersprint machen, ne? Wahrscheinlich würde das sogar auch noch funktionieren. Wobei... Wobei... So. Geht doch. Das für viele Juwelen. Und weg hier. Voll gemein. Hätten sie die Viecher auch gleich wegmachen können. Einen guten Hunger, Pantomund. Lass es dir schmecken. Beim Skrill vielleicht auch eine Tomate. Jetzt hör ja auf, Tomaten zu beleidigen, Michi. Also so gut bin ich jetzt auch nicht. Und Professor. Oh mein Gott. Schon wieder. Oh, ich sehe, du weißt, was Kugeln wert sind, Spyro. Dieses eigenwillige Tor sollte mit deiner beeindruckenden Kugelsammlung perfekt funktionieren. Dann auf nach Metropolis. Tomaten nimmst du mit? Mach das. Mach das, Pantomu. Warum auch nicht, ne? Es ist schön, dass immer, wenn ich ein Level betrete und Juwelen da sind, nehme ich erst die Juwelen mit, anstatt mit dem Typen am Anfang des Levels zu reden. Dieser Aufstand auf den Höfen ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Jemand muss da wieder für Ordnung sorgen. Such die Erfinder-Droidin. Sie arbeitete an was Großem. Was Google Maps sind. Nja, nicht ganz das gleiche, wa? Oh mein Gott. Es ist eine Crew mit Laser. Die Fahrstühle müssen dringend überholt werden und es ist kein Geld da. Dieser hier steckt fest, siehst du. Ich glaube, er geht wieder, wenn du mal ordentlich drauf haust. Okay. 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 Tadaa. Boom. Die Crew hat ein Metallschild. Au. Hi. So eine doofe Kuh. Vielleicht hast du ja dann einfach hinter ihrem Schild bleibende Haare. Das wäre ja zu einfach, ne? Die Kühe brauchen halt auch eine Challenge, wenn sie versuchen, mich zu töten. Nur blöd, dass ich sie durchschaue. Ja, was ist das denn mit Challenge? Schweine sind sowieso... Geht mal gar nicht. Wie du siehst, hat ein böser Ochse unsere Wappenkammer eingenommen. Wir dachten, dass das Einfrieren der Wege Tiere fernhält. Der Ochse ist ziemlich hart. Ich rate dir, Bomben gegen ihn zu benutzen. Und selbst dann brauchst du mehrere Bomben. Ja, was auch sonst, ne? Man bekommt den Ochsen halt nur mit Bomben weg. Explodierenden Bomben ausweichen. Bomben gegen Ochsen einsetzen. Schwierigkeit 4 von 5. Brrps. Dann machen wir das doch mal, Logistik-Druidl. Boom. Au. Au. Blöder Ochse, geh weg. Na geht's doch. Na geht's doch. Hervorragende Arbeit, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt anständig verteidigen. Nimm diese dem Auge schmeichelnde Belohnung. Was die halt auch alle immer für schöne Umschreibungen für diese Kugeln haben, teilweise. Ist schon schön. So, dann geht's weiter hier lang. Oh. Oh ja, stimmt. Ich hab keinen Sparks mehr, huh? Muss ich die Juwelen ja selber einsammeln. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da habe ich ja noch keinen Kopfstoß drauf gemacht. Uh, das war knapp. Uh, das war knapp. Das war knapper, als ich das wollte. Na, geht's. Erstmal wieder fast runtergefallen. Oh mein Gott. Ist auch schön, dass diese Kühe mit diesem durchgängigen Laser halt einen Helm aufhaben und die anderen halt einfach mal nicht. Ist auch sehr schön. Diesen Kuh zu vereiteln. Nimm bitte dieses Objekt, das lebenden Kreaturen zu gefallen scheint. Diesen Kuh zu vereiteln. Oh, sehr schön. Weil hier sind ja so viele Kühe. Das ist eine Neuheit in Avala. Ein kombinierter Powerpunkt. Gott sei Dank bist du hier, um ihn zu testen. Diese Schafe in ihren Raumschiffen müssen aufgehalten werden. Schafuntertassen runterholen. Schwierigkeit 4 von 5. Ja, das bekommen wir doch wohl hin. Einmal. Machen wir eben so. So. Cool. Genau. Genau der. Wo ist denn die dritte Untertasse? Wo versteckt sie sich denn? Ich höre sie nicht mal da. Sehr gut. Hervorragende Arbeit. Du hast diese Schafe unsanft landen lassen. Dieses Kugelgerät ist ein Beweis deines Könnens. Kugelgerät. Und plopp. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Hilferuf ausgesandt. Jetzt kommt die nächste Flotte Untertassen. Ich wusste es. Na wo seid ihr denn? Ihr blöden. Untertassen hier. Abstürzen ist natürlich auch sehr gut. Äh. So, wo haben wir die Nummer 5? Dahinten. Mist. Rip. Rip Spyro. Ah, noch haben wir 30 Leben. Noch darf ich. An den Schafuntertassen dran. Denk an dein Training. Welches Training? Ich habe da gar nichts gemacht. Wie hat da überhaupt niemand trainiert? Vielleicht hätte das mal jemand so schlecht, wie ich ab und zu spiele. Der hätte Training bestimmt nicht geschadet. Guter Flugflieger. Du hast die Genialität meines Doppelpowerpunkts bewiesen. Nimm das hier als Erinnerung an deinen Sieg. Guter Flugflieger. Sehr schön, dass... Das Training aus dem Prequel, dass erst 71.268 Spiele später rauskamen. Genau das. Glaub's auch. Oh Mist. Oh Mist, geh weg. Plopp, plopp, plopp. Schrecklich, dass ich die Dinger nicht einfach in der Luft fangen kann. Muss ich hier mal noch warten? Warten ist doch so üdel. Da muss man immer warten. Brauert immer so lange. Oder ich laufe halt zumindest durch die, die auf dem Boden stehen. Das funktioniert ja auch. So, wie viel fehlt mir noch? Oder noch ein paar? Doch noch ein paar. Was, hier ging's ja auch noch höher, nicht wahr? Genau. Genau. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Doch immer noch 22. Uuh. Fragt sich, wo die sich verstecken. Was gibt's denn schönes, Pandomo? Ja, bis da hinten kann ich ja eh nicht fliegen. Hier geht's ja nur wieder zurück, nicht wahr? Ja, raus aus dieser Kuppel. Still verpasst? Immer doch. Ach, hier. Hier ist noch. Und wieder ein Level fertig. Ein Milchbrötchen mit Wurst drauf. Uuh. Kaputt. Warum denn nicht, Becky? Das geht doch auch. Habe ich zwar selber auch noch nicht ausprobiert, aber... Warum soll's nicht schmecken, ne? Okay, Spyro, du hast die Kugeln. Bald ist Tripto geschlagen, richtig? Richtig? Viel Glück jedenfalls. Er ist gleich hinter dieser Tür. Bevor wir das aber machen, holen wir uns erstmal noch die letzte Kugel. Erstmal noch gucken, wie ich da rankam. Ja, genau, der Wasserfall hier. Ah, ne, ich glaub, die Öffnung ist doch hoch genug, damit das klappen könnte. Dass ich da einfach reingleite und dann... Es könnte was werden. Außer natürlich, ich fange viel zu hoch an. Dann natürlich nicht. Das war wahrscheinlich schon... Ne. Ne, das funktioniert so überhaupt nicht. Von woanders. Von woanders aus. Salzstangen und Schoko gleich... Ja, Salzstangen bin ich eh... Salzstangen sind nicht so mein. Salzstangen sind meins nicht so. Warum springe ich eigentlich hier hoch? Warum mache ich mir das so kompliziert? Das muss ich mit Schoki zusammen essen. Werde ich dann wohl irgendwann mal ausprobieren. Mal gucken. Ah, da. Da geht's wohl lang. Aha. Wenn ich's denn schaffe, da weiter runter zu schwimmen. Ja, geht doch. Ich kann Zeit nur Wand im Blickfeld haben, weil ich überall gegenschwimme. Wow. Wow. So, mein Gott. Wenn hat noch jemand sagt, da muss ich das ja erst recht ausprobieren, wa? So, jetzt schweben wir einfach wieder da hoch. Es geht schneller. So, dann auf zu Ripto. Na, mal gucken, was das jetzt hier wird. Kommt zurück, ihr nutzlosen Tiere! Müsste ich haben, ja? Müsste ich haben, Becci. Lass mich halt nochmal hier gucken, wenn wir gerade schon hier drin sind. Da haben wir alles. Hier auch. Und hier jetzt halt die Arena noch nicht. Hoch. Spiro, wir wollen dir beim Kampf gegen Ripto helfen. Elora speichert in deinen Kugeln Superenergie. Jäger wird dir die aufgeladenen Kugeln zuwerfen. Und in eben diesem Moment experimentiert der Professor mit neuen Formen von Superenergie. Bald wirst du noch nie dagewesene Fähigkeiten haben. Doch, sei vorsichtig. Da Ripto jetzt den Superkristall hat, ist er mächtiger denn je. Ja, ich sag ja, das hätte, wenn ich die anderen beiden Streams ein bisschen länger gemacht hätte, dann hätten auch zwei Streams dafür gereicht, ne? Nein! Ach, du bist so ein Drecksack. Ach, Steuerung. Nein! Au! Äh, Spiro, was... Irgendwie... Bin ich gerade... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Spiro, wenn du dich jetzt gerade mal nicht so überselstam bewegen könntest, ne? Oh mein Gott, ich hab ihn nicht getroffen. Ah! Gib mir das Schaf. Nein, meine Kugel, geh weg! Nein, meine Kugel, ich bin echt an der blöden Kugel vorbei. Ach, wie, Jui, du hast die erwischt, du lügst doch. Mist! Ah! Das war lecker, das ist doch schön zu hören. Geh weg, das war... Meine! Oh oh. Übertreib halt. Ja, wenigstens einmal da mitgesprochen. Ja, komm schon. Mir ist der Angriff noch lieber als... ...wenn er so schießt. Kann noch ein bisschen dauern. Ach was. Wow, ich hab ihn wieder überhaupt nicht getroffen. Sehr gut. Autsch. Oh Mist. Oh oh. Wie die Helfbein's negative Gegend. Sehr schön. Oh no. Ein Metallschluck. Sehr gut. An dem Schaf vorbeigelaufen und jetzt irgendwie... Willst du mir nicht meine Kugeln wegfressen? Nein. Nein. Du bist böse. Geh weg. Haha. Selber abgeschossen. Wenigstens sollte ich das Vieh jetzt gleich wohl auch besser treffen, wa? Na, guck mal an. Sag ich ja, das treff ich wenigstens mal. Ja. Mist. Ich wollte sagen, so ein paar Schafe werden mal ganz cool. Nein! Nein! Meins! Haha! Was machst du denn mit den blauen Kugeln? Das will ich auch können. Aber ich lauf ja dann hier schnell, wenn ich die blauen Kugeln hab. Der schießt hier sonst was durch die Gegend. Und da sind wir damit auch schon fertig. Und jetzt können wir fliegen. Weil es das nicht einfacher macht. Weil immerhin muss ich keine Kugeln mehr einsammeln. Nö. Ja. 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 Da ist er! Oh, wo ist er? Da ist er! Und! Kaput! Tadaaa! Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Jetzt musst du wohl gehen? Ja, das wäre besser. Sie vermissen mich sicher in den Drachenwelten und ich brauche jetzt meinen Urlaub mehr denn je. Bevor du gehst, will Geldsack dir sicher noch was geben, glaube ich. Das will ich ganz und gar nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass du so viel zahlen musstest auf deinem Weg durch Avala. Diese Edelsteine sollst du als Belohnung für deine Hilfe behalten. Wow, danke. Sparks, kannst du sie nehmen? Lass mich nur eben die neuen Koordinaten eingeben und fertig. Jetzt kannst du zum Drachenufer gehen, Spyro. Warum kommt ihr nicht mit? Ich wette, ihr könntet einen Urlaub gebrauchen. Ich fürchte, das geht nicht, Spyro. Repto mag weg sein, aber er hat hier viel Schaden angerichtet. Das Aufräumen wird Wochen dauern. Vergiss nicht, dass du jederzeit vom Drachenufer nach Avala zurück kannst. Na ja, okay. Komm, Sparks, wir müssen noch eine Menge Urlaub nachholen. Als ob das Geldsack leidgetan hätte, also bitte. Als ob. Credits, nein! Das geht doch nicht. Ames den Börder und Avala, echt mal. Wollten wir nur in Urlaub und dann sowas. Hat sich Spyro seinen Urlaub ja wohl mehr als genug verdient? Siehst, keine Credits, also sind auch keine. Warte, jetzt sehen wir alle keine mehr. Doch, jetzt wieder. Wobei, ich sehe es ja noch, wenn ich die in OBS ausblende. Ich papp Nase. Was denn, Pandomo? Hat sie niemand mehr gesehen im Stream? Und ich habe, wenn die Post mal kommt, habe ich dann sogar wirklich alle Spyro-Teile, die es für PS1 und PS2 gab. Müssen nur noch ankommen, habe ich jetzt doch für wenig Geld noch bekommen. Spyro! Noch mehr davon! Nur um das mal einzuwerfen. Nur um das mal einzuwerfen. Ja, das auch. Das ist mit dabei. Das auch. Ist ja auch eins, was auf der PlayStation 2 raus ist. Ne, dann gehört das ja mit dazu. Oh, da kommt was. Gut gemacht, Spyro. Tritt ein in den Drachenuferpark. Yay! Drachenuferpark. Pipe! Übrigens, wenn du zehn Gutscheine gewinnst, kannst du ins Theater gehen. Yay! Stuff! Komm näher, Spyro, und schau, was wir heute für dich haben. In dieser Bude findest du die übelsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Spaß, 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 ja! Bude ausprobieren, ja, natürlich. Hier ist ein Baseball zum Spucken, Sportsfreund. Ziel, schieß und sieh zu, wie diese Kreaturen ins Wasser fallen. Aber keine Sorge, es tut ihnen nicht weh. Oh, gib, 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 gib. Donk. Hey, das war ganz schön lustig, oder? Nimm diesen Gutschein dafür, dass du so ein guter Schütze bist. Das war ganz schön lustig, oder? Schieß noch mal, wenn du willst, Kleiner. Aber sicher doch. Süß. Das ist ganz schön einfach, oder? Hier hast du noch einen Gutschein. Uh, noch einen Gutschein. Schieß noch mal, wenn du willst, Kleiner. Immer dabei sein, immer frei sein. Das macht Spaß, das macht Laune. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Da, 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 da. Was? Okay. Ganz schön einfach, ja. Mal, dass du hier ein schönes Herr, Aussteller, Sir. Willkommen zur Drachenufer Achterbahn. Aber wir fahren hier nicht nur. Wenn du während der Fahrt alle Ballons platzen lassen kannst, wartet ein Gutschein auf dich. Fertig? Oh ja, ich bin fertig, aber sowas von. Pass auf die anderen Wagen auf. Die Bahn ist ziemlich voll heute. Alle Ballons platzen lassen. Dann machen wir das doch mal. Wow. Sollte ich das, ja? Ich glaube ja nicht. Wer hat überhaupt die Schildkröten-Babys hier auf die Strecke gelegt? Gut gemacht, Drache. Hier ist ein Gutschein für dich. Gut gemacht, Drache. Hier ist ein Gutschein für dich. Okay. Ja, schlimm, nicht wahr, Pandomo? Alle fahren sie in die falsche Richtung. Alle. Oh oh. Wow, das war ein Sprung. Ich weiß auch nicht, Michi. Ich bin wieder bei einem Ballon drüber gesprungen. Sehr gut. Und noch mal. So. Du hättest da ja auch sowieso nicht so viel von, wa? Ob ich sowas jetzt machen würde oder nicht. Looping! Schade, ich kann nicht springen. Das hätte bestimmt auch doof ausgesehen. Während dem Looping noch zu springen. Das ist meine Rede, Pandomo. Ja, die haben Kinder. Meine so rücksichtslosen Eltern, die ihre Kinder auf die Bahn legen. Hey, nicht schlecht. Hier ist noch ein Gutschein. Yay! Noch ein Durchgang und du hast es geschafft. An deinem Wagen ist eine Kanone dafür. Und du musst auch auf die Ballons schießen. Und du musst auch auf die Ballons schießen. Aber okay. Dann fahr' ich halt dich nach links. Ah, das sah schmerzhaft aus. Willst du die Achterbahn nochmal ausprobieren? Aber die Menschheit denkt doch nur an all die glücklichen Kinder und damit glückliche Eltern. Und damit glückliche Freunde von den Eltern und Kindern. Am Ende ist eine Karriere das Zünglein auf der Waage zwischen Weltkrieg und Weltfrieden. Ach, meine Stimme, da müsste ich ja nur immer sowas aufnehmen. Da müsste ich da ja nicht direkt arbeiten, wa? Pass auf die anderen! Und ich glaube, so einen großen Unterschied macht das auch nicht. Ich glaube nicht, dass es der Unterschied zwischen Krieg und Frieden ist. Ich glaube nicht. Wir wollen hier ja mal nicht übertreiben. Ich bin so gut in den Ballons drüber springen. Mann! Und noch eine Runde rum. Wow! Oh, noch eine Runde! Wer hat noch nicht... Wer will nochmal? Geht doch! Ich weiß, Becky, ich weiß. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Aber das ist doch langweilig ohne springen. Hat das viel mehr Effekt mit springen. Ich bin jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie ich es da war. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh, der letzte Ballon. Was wäre jetzt wohl gewesen? Ach, Michi, ich glaube, das können andere Menschen besser als ich. Ich glaube, da gibt es Menschen, die können das besser. Oh nein. Ja, ja, ja. Zehn Gutscheine gewinnen, um in den Fährarten zu kommen. Hi, Spyro. Ich habe gehört, dass du ein ganz guter Schütze bist. Willst du mal meine Wurfbude ausprobieren? Aber sicher doch. Okay, ich stelle die Uhr für dich. Oh nein, auch noch gegen Zeit. Easy. Guter Schuss. Hier ist ein Gutschein. Bereit für die nächste Runde? Aber natürlich. Okay, ich stelle die Uhr für dich. Guter Schuss. Hier ist ein Gutschein. Aber ich habe die Entchen alle geröstet. Bereit für die nächste Runde? Sicher. Okay, ich stelle die Uhr für dich. Wie er das betont, für dich. Aber auch nur für dich. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Willst du es nochmal versuchen? Nee, du hast ja keine Gutscheine mehr. Er will mich klar machen, ja. Nee, danke. Nee, nee. Umsonst, 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 umsonst. Keine Anzahlung und keine monatlichen Raten. Dafür gebe ich dir einen Gutschein. Ich kann dir nur einen geben, aber du darfst so oft fahren, wie du willst. Umsonst, 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 umsonst. Keine Anzahlung, keine monatlichen Raten. Will er mir hier einen Kredit verkaufen oder was? Erstmal. Spring auf, mein Freund. Spring auf, mein Freund. Hier ist dein Gutschein, wie versprochen. Wenn du 10 hast, geh mal ins Theater von Drachenufer. Ich will aber nochmal fahren. Wie einfach die eine immer wieder kommt, weil es sonst keine Frau gibt. Guck, es gibt sogar zwei. Da waren jetzt zwei Frauen auf einmal. Zwei Frauen. Frauen, Frauen, Frauen. War noch Frauen. Frauen, Frauen, Frauen. Ja, da ist die Gretel. Nee, der Hänsel ist das erst mal. Nur zum Spaß. Was, Spyro? Du hast schon deinen Gutschein. Komm aber jederzeit wieder. Bist du zurück, um nochmal Karussell zu fahren? Ja. Das älteste Gewerbe der Welt, ne? Ich glaube, das macht man aber nicht in so einem Tunnel, Michi. Mit dem Professor Fuss. Ja, ja. Wir wollen noch mehr, Leute. Bist du zurück, um nochmal... Frag mich nicht, Pandomo. Frag mich nicht. Vielleicht ist das in der Welt da anders. Und Schildkröten werden ja... Schildkröten... Schildkröten. Schildkröten werden ja alt, dann sind die halt jung. Doch, schon alt und keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, ja, jetzt ist es auch gut. Jetzt auch gut, jetzt geht's ins Theater. Ja, ich muss mitreden. Nun, Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast es geschafft, genug Gutscheine für das berühmte Theater von Drachenufer zu gewinnen. Komm rein und genieß die Show. Für das berühmte Theater von Drachenufer. Ja, die saßen da zu dös drauf, stimmt. Dafür saß eben auch der eine große da alleine drauf. Das sind jetzt nur die Cutscenes, ne? Ja. Haben wir ja schon alle gesehen. Hört dieser Regen jemals auf? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sonne aussieht. Wir sollten Urlaub machen. Irgendwo, wo es warm und sonnig ist. Drachenufer? Ja, da war ich nicht mehr, seit wir Narski New York verhauen haben. Wie sieht's aus, Sparks? Lust auf Urlaub am Strand? Der letzte Sanorg. Eine Belohnung? Was habe ich schon wieder vergessen? Wem habe ich schon wieder nicht richtig zugehört? Okay, lass mich mal eben weg. Okay. Okay. Nee, lass mich in Ruhe. Willst du nur... Nee. Naja. Das war ich gar nicht. Nein. Nein. Was? Keine Gutscheine mehr? Boah, wie gemein. Ja, das glaube ich sofort, dass die praktisch ist. Aber sowas von... Ja, speichern kann ich ja auch so. Es wird erstmal noch weiter im Theater geguckt. Ich habe die Katzen in der einen schon gesehen, aber das ist ja egal. Wenn wir hier schon ein Theater bekommen, müssen wir uns die Sachen auch angucken. Nicht wahr? Es ist immerhin Spyro. Funktioniert es, Professor? Beinahe. Und... Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Ein Drachen herzubringen könnte Ripto nur noch wütender machen. Beruhige dich, Jäger, und hör auf zu zappeln. Aber du hast das Buch des Professors gesehen. Sie haben solche Klauen, solche Zähne. Und sie spucken Feuer. Puh, puh. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Das ist der springende Punkt. Ein Drache ist unsere einzige Chance, Ripto zu stoppen. Und das weißt du auch. Es geht. Es geht. Ja. Ich habe einen Drachen. Puh, harte Landung. Hi, wo geht's zum... Strand? Hey, hört auf mich anzustarren. Habt ihr noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Ist das ein Problem, Mieze? So, so, da hat wohl jemand vergessen, mich einzuladen. Wolltet ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avalar gebracht? Ich hasse Drachen! Raaaaaah! Lass es dir. Au! Kratsch! Töte sie! Töte sie! Raaaaaah! So schön. Schluck, du Idiot! Du hast mein Zepter gefressen! Um euch kümmere ich mich später! Wer war der Spinner? Das war Ripto und wir müssen ihn loswerden. Er macht jede Menge Ärger hier. Aber ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Nimm dieses magische Avalar-Handbuch. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Ich muss jetzt Ripto folgen und schauen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommerwald, okay? Hey, warte mal! Wie sind wir nur in diesen Schlamassel geraten? Wir können dafür nichts. Wir wurden einfach da hinten. Weg entführt. Klar. In Sommerwald. Oh, nein! Oh, hallo! Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns vorzustellen. Ich heiße Elora. Oh, hi! Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Faun, du Trottel. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Steinschneider aus Glimmer? Ja, die haben mir sogar ein Andenken gegeben. Sie nannten es ein Talisman. Sie gaben dich einen Talisman? Was? Ist das was Besonderes? Ich habe es einfach ins Handbuch von dir gesteckt. Es gibt 14 Talismanne in Avala und sie haben alle magische Kräfte. Wenn du genug sammelst, kannst du mit ihnen Repto schlagen. Jäger, wo warst du? Ich habe mich etwas verlaufen. Spyro wird uns helfen, die Talismanne zu sammeln. Werde ich? Werde ich? Spyro, schau. Du kannst jetzt unmöglich zum Drachenufer. Repto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst in die Welten Avalas gehen und die Bewohner überzeugen, dir ihre Talismanne zu geben. Du kannst in deinem Handbuch aufbewahren. Hey, das könnte ich doch machen. Warum fackelt denn der Drache nicht einfach Repto ab? Jäger, du kannst nicht mal auf deine Turnenschuhe aufpassen. Wie sollen wir dir da 14 Talismanne am Vertrauen? Wenn du Kugeln findest, die sind auch wichtig, aber davon erzähle ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismanne, mache Repto Feuer unterm Hintern und bin zum Mittagessen beim Drachenufer. Bis zum Mittagessen hat ja nicht ganz so gut geklappt. Haben wir doch ein bisschen länger gebraucht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Bevor du in Furt verließ gehst, Spyro, willst du bestimmt wissen, wie Repto und seine Monster nach Avala gekommen sind. Letzte Woche arbeitete der Professor nämlich in der Wintertundra an einer neuen Super-Tor-Technik. So, die letzte Kugel ist an ihrem Platz. Mal sehen, wir brauchen nur einige Koordinaten. Wie wär's mit 22475? Es ist mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Runter von mir, runter von mir, ihr Taugenicht, Sir! Warum kann nicht einer von... euch... Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Krash! Geh zurück und pack meine Taschen, wir ziehen um. Begrüßt euren neuen König. Professor, machen Sie es zu! Schnell! Oh Gott, oh Gott, ich kann nichts sehen. Ich glaube, ich habe meine Brille zerbrochen. Das ist immer noch so schön. Krash! Geh durch das Tor, du Idiot! Sag deinen Freunden, dass sie die Kugeln in Avala verstreuen sollen. Schnell! Nein! Schluck Krash, holt die Kugeln jetzt! Ah! Du widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um! Das sind schlechte Nachrichten für Avala. Jäger, warum hast du ihn nicht verfolgt? Äh, ja, ich hätte ihn ja gern verfolgt, aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, könnten wir einen Drachen fangen, um uns zu helfen? Ja, ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser geeignet ist, solche Kreaturen abzufangen. Vielleicht? Glimmer! Gute Idee, wir sollten sofort gehen! Ja, ne, Becky? Aufhalten, nein! Immer nur, immer nett lächeln und weitergehen. Gibt ja nichts zu sehen, ne? Nein, Krash! Du konntest vielleicht diesen Tölpel schlagen, aber Schluck wird dir mehr als ebenbürtig sein. Dann mal los, Kleiner. Schluck, komm sofort her! Mach ihn alle und sorg dafür, dass es weh tut. Was? Das Dach? Schluck, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! Was für ein Waschlappen! Echt mal, kann nix alleine. Erstmal seine Untertanen losschicken. Sonnenwaschlappen. Habu. Hm, dieser Ripto hat genug Schaden angerichtet. Der hat mich ein Vermögen gekostet. Wenn Spyro nicht wäre, wäre ich pleite. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm mal die Meinung sagen. Und nicht nur das. An der Universität war ich Boxmeister im Backsam-Gewicht und kenne immer noch einige Haken. Nennt das und das. Boo. Aber du, du... So doof. Er hat Geldsack ihm das aber gezeigt. Damals, ne? Die letzte, das letzte Mal da. Hätte ich auch keine Chance gegen. Schluck, endlich gehört Avala uns. Du hast eine besondere Belohnung verdient. Was ist los, Schluck? Oh, die Elfe. Da bitte. Hurra! Du hast meinen Umhang angekokelt. Du fängst echt an, mir auf die Nerven zu gehen, du Drache. Verabschiede dich, Feueratem. Schluck, Mittagessen. Schluck, mach ihn fertig. Dann darfst du so viele Elfen essen, wie du willst. Ja, frag mich nicht, warum ich damals gesagt hab, Pandomo. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Damals, warum? Warum? Spyro, du hast es geschafft. Wow. Elora, wo kommst du denn her? Ich war gerade vor der Burg im Herbstfeld. Die Burg ist wieder frei. Kein Zeichen mehr von Ripto. Und seit du da bist, vertragen sich die Wesen von Avala endlich. Da du so viel für Avala getan hast und du ja so gern Urlaub machen würdest, wollten wir dir etwas Gutes tun. Das ist nicht viel, aber hoffentlich gefällt es dir. Wow, das ist toll. Kommst du nicht mit? Nein, ich würde gern, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er versucht immer noch, das Supertort zu reparieren, damit wir dich nach Hause schicken können. Oh, das klingt interessant. Ich glaube, ich werde mich hier etwas ausruhen und sonnen. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr lieber. Da haben wir uns ja lange ausgeruht. Zweimal geschnarcht und fertig. Ach ja. Ach ja. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um vom Supertor zu den Drachenwelten zu gelangen. Dieser Superkristall sollte uns den Kick geben, den wir brauchen. Nur noch ein paar Berechnungen, um es einzustellen. Ich hab's. Hervorragend. Endlich ist alles bereit. Wir werden noch viel mehr Kugeln brauchen, aber mit dem Superkristall als Antrieb sollte das Supertor wieder funktionieren. So, ihr dachtet also, dass ihr mich los wärt. Nun, da habt ihr euch getäuscht. Ich habe diesen fetten Bären-Geldsack überzeugt, mir ein paar Bomben zu verkaufen. Schnell, der Superkristall. Denk nicht mal dran, Bücherwurm, oder du wirst der glückste Haufen Asche der Welt. Genau das brauche ich für ein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell. Ähm, hey, gib das zurück. Oh man, Jäger. Ah, ha, 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 ha. Ihr kleine Narren. Nachdem ich euch mit meinem neuen Zepter fertig gemacht habe, werde ich diesen Ort in Reptonia umbenennen. Ha, 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 ha. Ach, ha, ha, ha. Ach, ja. Jäger ist halt so nützlich, ne. Gibt's nicht. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha Mh, mir gefällt die Idee. Drache, du hast gerade dein Schicksal besiegelt. Hab ich gar nicht. Das war jetzt gleich auch schon mit den ganzen Cutscenes durch. Nein, dann ist das Spiel ja zu Ende. Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Jetzt musst du wohl gehen? Ja, das wäre besser. Sie vermissen mich sicher in den Drachenwelten. Und ich brauche jetzt meinen Urlaub mehr denn je. Bevor du gehst, will Geldsack dir sicher noch was geben, glaube ich. Das will ich ganz und gar nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass du so viel zahlen musstest auf deinem Weg durch Avala. Diese Edelsteine sollst du als Belohnung für deine Hilfe behalten. Wow, danke. Sparks, kannst du sie nehmen? Lass mich nur eben die neuen Koordinaten eingeben und fertig. Jetzt kannst du zum Drachenufer gehen, Spyro. Warum kommt ihr nicht mit? Ich wette, ihr könntet einen Urlaub gebrauchen. Ich fürchte, das geht nicht, Spyro. Repto mag weg sein, aber er hat hier viel Schaden angerichtet. Das Aufräumen wird Wochen dauern. Vergiss nicht, dass du jederzeit vom Drachenrufer nach Avala zurück kannst. Naja, okay. Komm, Sparks, wir müssen noch eine Menge Urlaub nachholen. No. Muss es denn schon zu Ende sein? Das geht doch nicht. Hm. Hey, 31 Leben. Das sieht so viel besser aus. Als, äh. Als im ersten Zweifel, wo fahr denn gerade der Satz hin? Habe ich die Sachen schon oder habe ich die nicht? Sieht so aus, als ob hier noch so viel fehlt. Irgendwie, ne? Irgendwie sieht das so aus, als ob da noch Sachen fehlen. Ich kann hier aber auch nichts auswählen oder so. Kann ich nicht gucken. Das wird ja sonst heißen, wir wären noch nicht fertig, ne? Hätte ich kein Problem mit. Hätte ich kein Problem mit. Steht halt nur so wenig. Ja, meine ich halt auch, ne? Ja, meine ich halt auch, ne? Müsste man sich ja eigentlich mal nur drum kümmern, ne? Das sah halt doch nämlich nach wenig aus. Die Frage wäre denn halt nur, was diese Sachen sind, ne? Wenn ich jetzt hier rausgehe, denn die Anzeige sagt wahrscheinlich schon 100%, oder? So, jetzt aber. Ja, doch, hier steht's schon. Da würde schon 100% stehen. Dann lass mich doch mal kurz gucken. Da, 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 da! Um... Wo kommt die scheiß Musik her? Hallo? Oh mein Gott. Ich hasse ja Internetseiten, die irgendwelche Videos automatisch abspielen. Wow. Und am schlimmsten gleich noch mehrere Sachen auf einmal. Dass wenn dir dann ein Video ausmast, du trotzdem noch irgendwo was anderes Musik macht. Verflucht nochmal. Ist ja wohl nicht wahr. Ist halt echt nicht drin, ne? Das sind halt auch so Seiten, die ich nie wieder besuchen werde. Oh Mann. Ach ja, stimmt. Das habe ich ja jetzt auch durchgehend. So. Habe ich doch jetzt eine Übersicht. Wir haben... Oh, fehlen halt jetzt noch... 13 Sachen fehlen da in der Liste noch. Und drei Sachen und so sind da von jedem der Bosse, ohne getroffen zu werden, zu besiegen. Das könnte ja noch was werden, wa? Haben wir ja noch was zu tun. Die Speedways alle unter 1.10 bzw. unter 1.15 durchbekommen. Das machen wir doch. Das bekommen wir doch wohl noch hin. Ähm... Wäre jetzt gerade schön, wenn die Tabelle nach Welten sortiert wäre. Dass ich da dann nur durchgucken müsste. Gehen wir trotzdem erstmal in die erste Welt und gucken, dann vernünftig. Der Sommerwald. Ja, das mache ich jetzt auch noch fertig. Auch wenn es für die 100% da nicht zählt, weil wir ja schon alles haben. Aber... Wenn wir noch Kram haben... Spielen wir immer noch Spyro, ne? Können wir uns ja nicht beschweren. So. Jetzt muss ich auch noch denken, weil die ganzen Level-Namen stehen ja natürlich jetzt auf Englisch. Mh... Fangen wir hier doch mit dem Ocean Speedway an in unter 1. Warte, das war doch noch einer, der mir fehlt, oder? Genau. Der Ozeanring. Wo war der denn? War das das Tor? Ne, das war Colossus. Können wir auch hin, weil da müssen wir auch perfekt Hockey spielen. Das kann auch was werden. Mehr Spyro. Ja, genau. Genau. Ah, natürlich ist das jetzt hier. Mit Konzentration müsste ich diese... Natürlich, höre ich nicht. Ja, dann mach mal. Kann ich die Gegner weg-Snipern jetzt. Will er brauchen... Mein Feuer ist für Anfänger. Ich schieße jetzt Feuer. Melde. Und fall hier erst mal runter. Das geht natürlich auch. Natürlich sind die Punkte da noch nicht aktiv. Das heißt, ich darf noch mehr laufen. Aber das bisschen Zeit, das kann man sicher noch nehmen, ne? Na ja. Du machst mir keine Angst. Ich dachte... Plonk. So, dann versuchen wir doch mal, perfekt Hockey zu spielen, wa? Das kann ja was werden. Ja, bitte. Zwei Minuten, um fünf Tore zu schießen. Ach, jetzt muss ich das erste auch noch wieder machen, ja? Muss ich jetzt das erste noch machen, damit ich dann richtig Hockey spielen kann? Mann, Mann, Mann. Nein, das zählt jetzt auch nicht wieder als Tore. Ich bin ja kein Tore. Ich soll ja nur Tore schießen. Das war schlecht. Das war schlecht. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alles wie geplant. Das war... voll der Skill-Schuss. Aber sowas voll. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. So. Wie das Publikum immer applaudiert. Nur weil ich einen Puck fresse. Und ich hab wieder nicht getroffen. Leute, ich muss auch in Tore schießen, damit ihr applaudiert. Dankeschön. Gut. Nimm das. Möchtest du... Ja, wollen... Würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich möchte ja den Extrapunkt haben. Mist. Torwart von mir macht keinen Unfug. Oh, oh. Ach, Mist. Könnte ich auch mal treffen, oder was? Ist doch wohl nicht wahr. Na, geht doch. Ja. Nein, das... Oh, doch. Oh, betroffen. Huh. Das ist ja auch schon ein bisschen unfair, wa? Aber auch nur ein bisschen. Na. Aber ich wollte gerade sagen, lässt du den jetzt rein, ne? Oh. Oh. Yay! Geschafft! Gut gemacht! So muss das laufen. Ja. Super Hockey-Spieler. Ja, ich bin halt voll gut. Ich bin voll gut. Wo? Wo? Nein, Dropbox, danke. Ich möchte jetzt keinen Upgrade, geh weg. Ich spiele gerade Spyro, das ist viel wichtiger, als ein Upgrade für die Dropbox zu bekommen, für die ich Geld bezahlen müsste. So, bitte. Du warst Götzenbach. Ähm. Ja, doch, das müsste... Das kann ich gucken. Hier hatte ich noch nichts, ne? Skellis eine Öge, Horikos, Kolossus... Ne. Es müsste, wenn ich nicht zu doof bin, müsste Götzenbach ja Idle Springs heißen. Und hier waren ja auch Hula Girls in diesem Level. Muss ich noch auf dem... Auf dem Kleingötzen in der Nähe von denen landen. Du, 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 du. So, Spyro. Ei, 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 ei. Ihr alle mit eurem Essen bekommt man ja schon wieder fast Hunger. Geht mal gar nicht. Hier, uns hier schon wieder Hunger macht. Wir wollen gerade sagen, kommst du jetzt her, steht dir doch eigentlich niemand im Weg. Gut. Das war auch interessant. Habe ich es geschafft, so schräg nach da oben zu schießen. Dankeschön. Dankeschön. Mit dir wollte ich überhaupt nicht reden. War das jetzt hier lang? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Auf dem Teil da hinten soll ich wahrscheinlich landen. Das ist zumindest der einzige Götze da in der Nähe von denen, wo nirgend... ...auf denen keiner drauf rumsteht. Ja, würde ich wohl sagen. Das müsste von hier aus funktionieren, nicht wahr? Tadah! Ne, wo haben wir es? Ach da, auf Götzenland, Götzenbach, ja. Wenn man dann schon wieder nach dem Englischen von dem Level guckt. Obwohl, ja. Never mind. Wer kommt auf sowas? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch... Warum sollte man das ausprobieren normalerweise, ne? Das ist ja schon mal die Sache. Das ist ja schon mal die Sache. Ich muss mir die Liste mal eben... ...in Textdokument kopieren, dass ich nicht dauernd immer so nachgucken muss. So, das hatten wir fertig. Horikos hatten wir fertig. Da hatten wir den Canyon Speedway fertig. Mal eben kurz hier das vernünftig machen, dass ich nicht... ...so... ...Scal of the Deadlands. Das hatte ich. Ne, da sind zwei Sachen. Halt. Das habe ich... Das müssten alle Sachen sein, die ich schon habe, ne? Zeichne Zuschau. So, dann habe ich jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zehn, ne? Halt. Ach genau, das hat... ...Scal of the Deadlands habe ich ja... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel ich gerade gezählt habe. Wow. Ich sollte hier auch erstmal alles wegstreichen, ne? Huch! So, was du... ...so spontan und neunergesinig rausmachen, ist immer etwas uneinfach. Uneinfach, mhm. Oh, Mann. Skellos-Einöle sind sogar zwei Sachen. Zit, zit, zit. Ach, da hätte ich noch alle Kakteen rösten müssen. So. Sommerwald. Welches Level ist das denn? Scorch. Wenn ich jetzt wüsste, was das heißt. Ach, das ist das Level, okay, mit Hänsel und Gretel. Dann habe ich hier nur noch den Boss und... ...den Boss und den Ozeanring. Fertig? Yay! Und ich drücke hier schon wieder die ganz falschen Sachen. Warte, der Ozeanring, der Eingang war, erst nach dem Schwimmen, nicht wahr? War ich hier irgendwo versteckt. Aber jetzt, wo wir ja auch unser Superfeuer haben, hier unsere Feuerkugel... ...sollte das mit den Bosskämpfen, ohne getroffen zu werden, ja doch auch einfacher werden. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ozeanring. Lass mich das Fenster wieder haben. Oder mach mir halt Steam auf, ist auch in Ordnung. Da habe ich halt überhaupt nicht hingeklickt, aber egal. Und hier haben wir jetzt weniger als eine Minute zehn Zeit, um das zu schaffen. Dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal. Ja, aber nicht, wenn ich so einen Schwachsinn mache. Dann gucken wir doch mal. Ah, wo sind die letzten Boote? Oh, das kann ja jetzt was werden. Oh, okay. Mit meiner Bestzeit war ich jetzt zumindest nicht so weit weg. Also mit dem normalen Feuer, da fand ich die Boote halt doch echt einfacher. Fliegen wir an dem Ring vorbei. Sehr gut. Mist. 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 Die! 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 Der! Die! Oh, war das knapp. Eine Minute neun und vierundsechzig. Das war knapp. Keine Sekunde. Das war keine Sekunde. Huh. Ich meine natürlich, das war alles hart durchkalkuliert. Ah, der Ozeanring. Unter 1, 10. Sehr gut. Also, wieder eine Sache, die ich streichen kann. Ich versuche immer wieder mit der Maus auf das Spiel zu klicken, weil ich das so gewohnt bin, wenn ich was irgendwo an Eintippen bin, dass ich zurück ins Spiel klicken musste. Aber so funktioniert das hier jetzt gerade nicht. So funktioniert das gerade nicht. Mit ins Spiel klicken ist es auf der Playstation recht schwierig. Das funktioniert auch so. So einfach machst du mir das jetzt doch nicht. Okay. So. Ich habe diease nicht schon 계 Das war's für heute. Komm, schlag zu. Daneben. Nein! Oh mein Gott! Wirklich? War das denn jetzt nötig? Oh, komm schon. Du bist so ein Mist, Fliehne. Oh, ich hasse dich. Ach, Mist. Ah! Was ist los, Pandomo? Hm? Hat er mich da am Ende noch getroffen? Oh! Ist ja wohl nicht wahr. Hat er nicht gemacht. Ah! Ach so. Oh, da kann ich grad nicht helfen. Es tut mir leid. Natürlich spawnen wir hier nicht an der anderen Stelle. Dann versuchen wir das jetzt noch mal. In gut. Schlecht war das ja gerade auch nicht. Nur dann am Ende natürlich noch treffen lassen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Da. Wo ist denn? Ah, nein! Nein! Ich habe dabei hasse einen Rückgang... Deine Firmen. Oh... Zdlf! Nicht hier lang. Hier lang. So. Zweiter Versuch gegen Crush. Dennoch von der Attacke, die ich eigentlich viel lieber habe, weil ich ihn danach viel besser treffen kann. Das hat niemand gesehen. Nö, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Oh, Mann. Das ist nicht passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Da stand ich zu nah dran dafür, was ich vorhatte. Ups. Und nächster Versuch. 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 So, wir schaffen doch jetzt noch drei Treffer, ohne dass ich getroffen werde, oder... Ah, jetzt fängst du damit wieder an. Okay, dann halt nicht. Ein böser Crush. So, einfach das Level einmal neu starten, das wäre praktisch. Ich ziehe nicht erst raus und dann wieder rein muss in das Level. Okay, so cool. So, sind wir wieder so weit wie gerade. Ach, pfff, was mache ich denn jetzt hier? Der erste Versuch war so schön und jetzt mache ich so einen Unfug die ganze Zeit. Ha. Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, jetzt stimmt das Natürlich schon, an diese Sachen Habe ich halt gar nicht mehr gedacht Als ich das gesagt habe, ne Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht Dass es die Sachen noch gibt und dass ich die dann Jetzt auch mache Das stimmt wohl So, und jetzt nicht Treffen lassen Geht doch Dann haben wir den Punkt Hier ein weniger Aber hier ist immerhin mehr Spyro Lohnen sich drei Streams halt doch auf jeden Fall So Was fehlt noch? Aquaria Towers So haben wir die hier Hepswell Skellos Einödel Das Talgletscher Das müsste Müsste das das sein? Halt Was ist das? Huch Ne Ach, Level nah mit Übersetzung Ist furchtbar Wo ich hier sowieso erstmal anfangen könnte Wäre auch schon mal Das sind nicht Aquaria Towers Ah ja, hier muss ich ja sowieso auch noch hin Alle Kakteen abfackeln Machen wir das doch mal Jetzt wo wir auch unseren Superschuss haben Feuerball Zünden wir die sogar nicht nur an Sondern jagen sie einfach gleich in die Luft Weil wir auch nicht Hat mich das Vieh echt erwischt Huch Da hab ich ihm seinen Kopf weggeschossen Das wollte ich aber nicht Hatten wir da drüben Kakteen? Sieht nicht so aus Okay, dann geh ich wieder Haps Und weg ist er Ich mein natürlich Oh nein Nein Ich werde da drüben Ich mein natürlich Ich meine Ich werde das Wenn ich dich schon sehe, machen wir so. Fliegt ja noch einfach bei ihm random ein Leben rum. Warum auch nicht. Sehr gut. Hier noch ein Kaktus mit drin? Nee, ne? No. Wie schön, wie ihr Körper einfach wegfliegt und dann der Kopf dazu fliegt auch. Nein, bleibst du hier. Dass ich hier nicht alle Kapteen abgefackelt habe. Sonst mache ich doch immer allen möglichen Kram kaputt, der mir im Weg ist. Dass ich das dieses Mal nicht gemacht habe. Oder halt auch Kram, der mir nicht im Weg ist. Hauptsache kaputt. Nein, ich zerstöre nicht gerne Sachen. Nein, ich doch nicht. Das war's schon. War jetzt noch weniger als gedacht. Super sortiert. Ganz oben steht die eine Sache von Skelos einöde und die andere steht ganz unten. Sehr gut. Hoch. Hoch. Ein Kram. Random Kram. Oh mein Gott, müssen wir gleich gucken, wenn wir fertig sind. Huhu. Muss ich auch noch was vorlesen. Geht mal gar nicht. Haben wir das weg. So, da oben hatten wir... C4, da brauche ich nichts mehr. Aber hier, ähm... Welcher war das? Der Metro-Ring. Das müssen wir in unter 1.15 schaffen. Das lässt sich wohl einrichten. Wenn ich denn die Herren mit den Bungie-Seilen mal vernünftig treffen würde. Bezesушка von mir also 351-Lipsதstאת. Nein, so will das auf mich nicht pledge sein! Also... Das müssen wir jetzt nicht vorstellen. Will dich mit dem Bungie-Seilen beginnen. Aber es gibt ja gar freie, verดeln lässt die Gl packing. Und dann ist denke ich nur Leute aus dem Bungie-Seilen mama unterwegs. Der Suche ist doch nicht k融 сторvoor-Sparakt. Das wird kiamo sie verabschorld. Und dann aufstırzen wir keine weiteren Kampans. Ach komm. Fangen wir direkt nochmal an. Stallion. So fast. So fast. So fast. Eine Minute eins. Moin Gott. Was war denn jetzt aber fix dafür, dass ich 1,15 habe? Ja. Nehme ich das doch sofort. Ja. Gut. Windhafen. Nee. Was haben wir hier? War das das? Ja doch, was? Was soll ich hier machen? Alle Kogmusnüsse von allen Bäumen unterholen. Okay. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Geh weg. Okay. Also nicht mit Feuer. Schade. Da wäre ich auch nie von alleine drauf gekommen, weil ich bin ja, während ich das durchgespielt habe, jetzt nochmal nie gegen so einen doofen Baum gegengerannt. Das. Wie geht's? Was ist das? Oder? Was ist das? Oh, was ist das? Ich mache es. Ja. Und? Ich mache es dir. Ich mache es. Sieh. Ich mache es. Ich mache es. Da ist noch eine. Euch kann ich nicht wegmachen, oder? Nee. Na ja, genau. Die müsste ja Jäger dann einfangen. So war das ja gewesen. Haha. Hochklettern, das kann ja jeder. Wir schießen nur einfach. Geh die Kokosnuss runter. Du kannst ruhig da bleiben. Hat der noch geschossen. Und da haben wir das auch schon fertig. Na. Glut, genau. Fehlen noch sechs. Hier haben wir Bruchhügel. Genau. Fracture Hits. Na, dann darf ich drei Runden auf diesem Supercharge-Kurs laufen. Oh, das wird ja was. Drei Runden. Ich schaffe ja in der Regel schon eine Runde nicht. Wie soll ich denn an drei Runden laufen? Was verlangt denn das Spiel da von mir? Geht ja mal gar nicht. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wie kommt man darauf, das auszuprobieren? Einfach drei Runden da zu laufen. Hey. Hey. Tada. Schon fertig geholfen. Ach, ich muss ja erstmal noch ein paar Gegner töten. Stimmt. Ich denke da immer nicht dran, weil ich das Level ja schon fertig habe eigentlich. Das ich ja für die Superpunkte doch wieder Gegner töten muss. Danke. Hallo Justin. Wie geht's? Voll, einmal durch das Level gelaufen, dann jetzt nochmal zurück, weil ich die ganzen Gegner abstehen lassen. Und dann lasse ich mich noch... Hallo, Baum? Dann geh halt nicht kaputt. Auch in Ordnung. Ach, jetzt stirbst du. Okay. Ach, ich hab eben auf die Bienen geschossen. Natürlich hab ich das. Natürlich hab ich das. Was auch sonst. Mir geht's auch ganz gut. Und hi, Devolus. Wie viel. 14 waren das, die ich brauche, ne? Ah, das reicht nicht. So weit kann ich da nur noch nicht schießen. Schade. Ich dachte, ich sniper ich den da noch weg. Sehr gut. Hat ja super funktioniert, die erste Runde. Wieso das denn, Palomo? Was los? Die wird nicht gekotzt. Das muss ja sonst wieder einer wegmachen. Mach das nicht Level. Ich sag ja, ich soll jetzt hier drei Runden davon schaffen. Oh, Mann. Okay, eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Oh, Mann. Schade. вниз. Du bist so doof, Spyro, weißt du das? Ach, du schaffst das schon, Pandomo. Du bekommst das schon hin. Und warum ist er jetzt gerade da einfach runtergefallen? Ich bin die anderen beiden Maler auch nicht selber gesprungen und er hat das hinbekommen. Warum jetzt... Halt den Rand, die Tür ist schon offen. Geh weg. Ihr seid doch alle doof. Ach, Spyro, ich hasse dich. Warum hast du das gemacht? Da, jetzt bin ich auch wieder nicht selber gesprungen. Das war Spyro alleine. Jetzt war ich's auch selber. Ja, geht so. Ich lauf jetzt trotzdem noch ne Runde. Einfachs, um dem Spiel zu zeigen, dass ich das kann. So. Ja, ja. Gott sei Dank hab ich die Tür geöffnet. Finde ich auch. Und meine Handlinke... Ach, das Gamepad dabei die ganze Zeit vibriert. Jetzt fühlt sich meine linke Hand voll durch an. Furchtbar. So. Fehlen noch fünf. Magma-Kegel, da gibt's nix für uns zu tun. Hier drüben, das war... Die schattige Oase, da haben wir auch nichts zu tun mehr. Welches Level hatten wir da drüben? Anstatt, dass ich in der Übersicht nachgucke. Ne, nein. Der Eisring, genau. Den müssen wir jetzt noch in unter 1.15 schaffen. Du bist da in der Luft hängen geblieben, warte. Machen wir direkt nochmal. Schießen wir einen halt gar nicht. Äh, ja. Flackert der rot? Okay. Flackert der... Okay. Das ist komisch. Ja, das kann ich eigentlich gerade schon wieder sein lassen. Die Reihenfolge, die ich jetzt auch gerade abgeflogen bin. Alles total komisch. Ich sollte als zweites durch die Tore durch. Sind sie am HTML5-Player rumbastelt für die Turbo-User und für die anderen geht der Flash-Player jetzt kaputt oder was? Oh, dass es einfach anfängt, rot zu flackern. Das geht ja mal gar nicht. So, was passiert eigentlich hier einfach so? So, wo waren jetzt hier die Tore? Gib her. Oh. Um. Und da haben wir das auch geschafft. In unter 1.15. So, dann haben wir die ganzen Level auch fertig. Dann fehlt jetzt nur noch ein... Einer der Punkte in Aquarietaus und die anderen bei den... ...letzten beiden Bossen. Bei einem Boss, also hier jetzt gleich bei Schluck, kann ich sogar 2 Punkte bekommen. Einmal halt wieder ohne Treffer den Kampf überstehen. Und einmal dann Ripto in der Arena abschießen. Weil, also Ripto hinten auf dem Thron abschießen, wo er dann sitzt und zuguckt. Geh weg. Ich weiß es nicht, Pandomo. Easy, easy. Was Schluck ein einfacher Kampf ist mit dem Superfeuerball. Wow, war das schwer. Wenn es über Katka mehrere Stream-Status-Flag hat nichts. Okay, das macht es nur noch seltsamer. Hat ja keine Ahnung. Nicht wirklich, ne? Zaubersumpf? Nope. Erkennen ihn ringen? Warte. Wintertundra, Zaubersumpf, Wolkentempel, Robotikhof, Metropole... Ne, das ist doch gar nicht hier. Zahnweiz, Klima, Götzenbach, Dö, 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 Sonst. Ach, der Aquaria ist doch hier. In der ersten Welt. Zu ich nach der Welt Aquaria-Towers und denke aber nicht dran, dass wir in der ersten Welt Aquaria haben. Haben wir einfach die Türme weggelassen. Von mir aus. Von mir aus. Das war Götzenbach. So. Das war Glimmer, nicht wahr? Sollte. Genau. Sehr schön. Du warst Wolkosz, dann warst du Sonnenstrand. Wer hat mir meinen Aquaria versteckt? Wer hat's geklaut? Du warst genau, du warst der Ozeanring. Ach, hier hatten wir noch, genau. Dann bist du jetzt aber Aquaria. Na, geht doch. Und hier dürfen wir das ganze Seegras zerstören. Yay. Seegras-Zerstörer, Starcruncher, schreite zur Tat. Ja, ja, geh weg. Geh weg, lass mich, ich muss Seegras zerstören. Warte, war dann jetzt vielleicht am Anfang auch noch mal was gewesen. So, lass mich noch mal nachgucken, jetzt wo hier Wasser ist. Sieht nicht so aus, okay. Okay. Sachen zerstören. Eine Sache, die ich kann. Ist das Flackern auch zu Khadgar übergegangen? Okay. Es soll aufhören. Ich weiß aber nicht wie, Becky. Sonst würde ich dir wohl sagen, wie. So, das Seegras ist auch kaputt. Is das für Siegras? Ich weiß. Ach ja, Geldsack. Geh weg. Au. Ich schmeck doch überhaupt nicht. Ach, wirklich? Du hast mich bis hierhin zurückgesetzt. Ach, du bist doch doof. Wurde ich nicht zwischendurch nochmal gesetzt? Hä? Willst du ja Seeras nochmal wegmachen? Natürlich. Ach, du Mistvieh. Ich hasse dich auch. Ich hab dich abgeschossen. Du Lügner, du. Hier ist sogar mehr als einer. Hier waren ja sogar zwei Seeggeräser. Das eine hab ich dann eben schon aus Versehen kaputt gemacht. Gut zu wissen. Hab ich gar nicht gemerkt. Nee, 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 Freundchen. So, jetzt machen wir das hier nochmal in gut... Gut. Ich muss hier untertauchen erst, ja? Okay, dann halt nicht. Dann halt doch von der anderen Seite. Dann fahr ich halt gleich erst eine Runde im Boot. Ich hab's ja jetzt verstanden. Das Spiel mag das nicht, wenn ich das so versuche. Werde ich direkt befressen. Muss ich sogar mit dir... So, hüpf an Bord, Spyro! Mach ich. Muss ich mir halt erst von dir sagen lassen, dass ich das mache. So, nenn ich... Ach, Spyro, please. Oh, ich hab den Knopf schon getroffen. Okay. Und ich wurde auch noch getroffen. Sehr gut. Okay. So, hier alles Seegras kaputt. Da oben lang? Richtig, richtig. Mit dir wollte ich gar nicht reden, Hoppy. Warst mir nur im Weg. Da oben müsste ja wahrscheinlich noch genug Seegras sein, nicht wahr? Nein? So, hier alles. Oh, hier alles. Oh, hier alles. Hier bin ich rausgekommen. Da noch ein Seegras. Und das war das letzte. Sehr gut. Dann noch das Leben mitgenommen. Und weg hier. Ach, schon süß. Schon süß. Schon süß. So, und dann fehlt ja jetzt nur noch der Kampf gegen Ripto. Dann haben wir alle 16 Punkte. Hier lang war es, ne? Ja. Auf in die Wintertundra. Auf zu Ripto. Nochmal. Das hat dann doch jetzt durch diese Extra-Punkte, hat das dann jetzt doch echt noch länger gedauert, als ich gedacht hab. Easy. 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 Erste Phase. Easy. Oh, Mann. Oh, die zweite Phase genauso. Da kannst du diese Kugel im normalen Speedrun denn überhaupt schon haben? Weil du musst dafür doch ihn schon einmal besiegt haben, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Weil sonst kommen wir ja nicht zurück in die Drachenwelt, wo wir das überhaupt erst bekommen haben, ne? Oder gibt es da einen Glitch oder so für... Ich habe ja keine Ahnung. Wenn ich wüsste... Deswegen frage ich ja. Du hast ja Ahnung davon. Du hast ja jetzt... Du hast ja... Du bist ja die mit Ahnung von dem Speedrun. So geht der Satz richtig. Ach, du hast mich jetzt wirklich hier hingesetzt. Oh, Mann. Hey, eben habe ich die dritte Phase auch geschafft, ohne Schaden zu bekommen und jetzt nicht. Oder wie. Mann, Mann, Mann. Oh, ja. Okay. Das stimmt nicht. Wobei, ich könnte mich auch... Was ich vorhin noch gesehen habe, ist so ein ganz kleiner Speedrun-Marathon noch... Wieder der... Einer, der in Australien stattfindet. Da ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch Spyro 1 und 2. Ich glaube, der heißt doch einfach Australian Speedrun-Marathon. Der geht auch nur über zwei Tage und mit einer langen Pause zwischen den beiden Tagen. Also halt nicht wirklich ein Marathon, sondern nur sowas ganz Kleines. Ist mir gerade nur so eingefallen. Was? Nein, 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 nein. Ist mir halt jetzt gerade nur deswegen so eingefallen, wo du das meintest. Gerade bist du aber nicht so lustig hier durch die halbe Arena geflogene Rippo. Okay, dann mache ich das nicht. Dann warte ich noch eine Woche damit. Dann fange ich das nicht mit. Okay. Bei der Esel ist das dann bestimmt eh viel besser, weil du erklärst, was ja dann nicht war. Schleim, Schleim. Das klang jetzt auch überhaupt nicht geschleimt oder so. Nein. Na geht doch. So. Diesmal wieder ohne Treffer. Das Spiro-Schleim ist in Ordnung. Das klingt falsch. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Weil dann die Frage ist, wo hat Spiro-Schleim her? Denken wir einfach nicht drüber nach. Gut gemacht. Oh, guck mal. Das Spiel lobt mich noch mal, dass ich die Sachen alle habe. Schon irgendwie süß. Ja. So, dann gucken wir doch mal in den Epilog. Das ist sehr einfach. Okay, darf ich rumblättern. Schluck hat im Streichelzoo der Gesellschaft zum Schutz missbrauchter Monster eine neue Aufgabe gefunden. Einige der Erdwürmer sind der Tanz-Truppe der Faune in den Bruchhügeln beigetreten. Einer von Spiros' Freunden hat ein neues Spielzeug gefunden. Jägers Karriere als Tiefseetaucher fand ein schnelles Ende. Geldsack hat die Knochenbauer einmal zu oft angeschwindelt. Agent Null fand neue Rekruten. Die Eisbauer haben es schließlich zum großen Hockeyspiel nach Kolossus geschafft. Der Koch hat schließlich doch noch seine heiße Kesselparty gefeiert. Sehr schön. Sehr schön. Spyro hat seine Chance bei Elora verpasst. Oh. Crush hat sich der höheren Bildung verschrieben. Ach, wie gut. Spyro wurde vom schwarzen Schaf der Herde in die Enge getrieben. Balduin, dem Forscher. Faunus Mortas. Ausgestorbene Wesen Avalas. Guardus Fioritum. Habers. Ach, jetzt die ganzen Gegnernamen, ja. Farme Robotum Druidus Schnikum. Alles so auch schön so auf Lateinisch getrimmt irgendwie, ne? Varmitum. Lissadum. Fatslobe. Mr. Fistus. Mhm. Armer Pillow. Nervous Ticus. Und Wuss. Ende. Oh, nicht. Es soll nicht zu Ende sein. Nein. Es geht doch nicht. Schon süß irgendwie, dass nochmal dieses Buch da am Ende. Irgendwie schon süß. Das heißt jetzt so, dass wir wirklich fertig sind. Nein. Ich will noch nicht, dass es zu Ende ist. Das geht doch nicht. Weil wir jetzt halt doch echt nochmal dreieinhalb Stunden ungefähr gebraucht haben. Immer diese... Ich hab halt hier an dieses... an den Kram hier nicht mehr gedacht und an diese Extra-Punkte halt so überhaupt nicht mehr. Fahren wir nochmal zum Abschluss eine Runde hier. Deine Finger sind schwarz. Du solltest doch das Papier anmalen und nicht dich selber, Pandomo. Deine Finger haben davon nichts. Händel und Gretel. Guck mal, hier Schneeleopard. Oh. Nur zum Spaß. Was, Spyro? Du hast schon deinen guten... Mein Fazit zum Spiel. Es ist immer noch... Es ist doch immer noch wieder schön, es mal wieder gespielt zu haben. Auf jeden Fall. War mal wieder echt schön auch. Genauso wie Spyro 1. Es war einfach mal wieder schön, gespielt zu haben. Aber sowas von. Speichern wir das nochmal richtig. Guck mal, ich hab 42 Leben, wenn das nicht ein Zeichen ist. 42! Aber ja, dann war's das jetzt leider auch mit Spyro. So schade ist, was auch ist. Also mit Spyro 2. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, dann wechseln wir jetzt einfach und ich würde sagen... Ich mach erst mal Krach. Oh. Kabel. Mein Gott. Wo hängst du denn da drin, Kabel? Achso. Oh. Nee, du kannst jetzt weggehen aus... Dann sehe ich gerade nichts mehr. So. Ich finde den Begriff Robocraft zu installieren, gut zu wissen, dass ich das bin. Dann kann die Capture Card aus. Dann gehen wir hier hin, auch wenn man noch nichts sieht, weil ich halt noch nichts anhabe. Ja. Ja. Vielen Dank.